Diese Dinge tun Menschen wirklich nur in Filmen. Wenn im Film ein Auto geklaut wird, die finden immer sofort das Kabel zum Kurzschließen. Die machen unten auf, Eingriff. Motor geht an. Aber vielleicht sind es auch einfach Profis. Ja, aber es können doch nicht alle Profis sein. Kann doch nicht jeder, der was anstellt, auch wissen, wie über ein Auto kurz steht. Wenn im Film ein Countdown läuft, sagen wir 10 Sekunden. Dann dauert der keine 10 Sekunden. Der dauert ewig. Mach zum Beispiel den Spaß und guckst du auf die Uhr. Wir sind jetzt schon bei 30 Sekunden. Geht die Uhr anders bei euch? Sau unrealistisch, wirklich hasse ich, dass in Wohnungen immer Schuhe getragen werden. Also selbst in deutschen Filmen, ja? Dann laufen die mit den Schuhen in der Wohnung rum und legen sich sogar ins Bett. Das ist sau dreckig. Ich möchte einmal einen realistischen Film sehen, wo die alle nach Hause kommen und dann erstmal die Adiletten ansehen. Das wäre mal was. Like it if you like it.